DJ Sumo, geiler Soundbeat, geiler Soundtrack, super Liste getroffen, er hat alle unsere Wünsche berücksichtigt zum Essen, super Jazzbeat, super geil erfüllt, Ilja hat seinen Job voll zu zerfüllt, er hat gedacht, es wird nicht reichen, aber er wurde einer anderen belehrt und auf jeden Fall, wir danken, auf jeden Fall sehr gut. Also Ilja hat einen super Job gemacht, Ilja hat On Point gehandelt und wirklich immer auf das Publikum geachtet und auf uns geachtet. Die Stimmung war super und die ist gerade immer noch super, einfach mal rüber switchen und gucken, wir verabschieden uns, danke schön, ciao!